wir haben eine minute schutzzeit glaube ich und wir werden gleich einfach daraus laufen und weg laufen und uns dann sachen machen dann werden wir mal gucken wie viel ja was wir hier erreichen werden immer schon klar an was wir so machen werden und dann ja ja auch noch ja da würde ich mal sagen ja herzlich willkommen auf meinem kanal zur freundschaft und ja ich heute mal ein gast dabei mein teammitglied hier ja nächste kann sich mal vorstellen ich hab den kanal mit meinem bruder der kanal heißt james zockt und so genau und wie zocken hier exit oder warum krieg ich das wieder also du hast ich hab dich auch so sehen geschlagen ich musste so ein bisschen rund probieren wegen meinen fps zahlen weil wir eben ganz kurz runter gegangen sind ach so aber meine fps geht ja noch das geht ja auch steht es geht los ja ach so könnte schon abbauen oder was ja komm wir gehen ok wohin wohin in die richtung folgt mir einfach folgt mir einfach okay wir haben gar nicht den start mitbekommen nö viele sind wir sitzen da vor der opa als wäre nichts als werde ich sollte greift nicht die nation oder sowas an weil die sind gefährlich ja diese was wir laufen die sind auch so wie viel wie viele brot hast du eigentlich kriegt hier nein wie viel essen hast du gekriegt ja vier brote auch so ich habe ja noch mal wir gucken hier mal wie eine schmiede ist ja da ist eine schmiede alles klar komm 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 vielleicht ist da eine kiste drin müsste eigentlich ja hier ist eine kiste eisen drei eisen und obsidian sehr heiß bist du hier ich bin schon da ja hier kommt mit komm mit wir laufen weiter die pinguine nicht an die sind auch akku was pinguine sind akku ja das kann ich alles greifen angreifen aussieht mallorca mich ist tot ja schon mattia ist auch tot scheiße ich hatte gerade mega lag hier aber jetzt legt das ooo das liegt aber jetzt geht es geht wieder bei holz ab bist du bei mir ja ich bin bei dir bin bei dir keine angst ich brauche holz ab okay okay ich mache mir eisenschwert du machst du holz schwert okay warte ich habe hier wir machen uns direkt schwerter okay ich habe drei eisen deswegen kann ich mir ein eisenschwert was soll ich bau nochmal ich mache den holzschwert okay liegt da okay und kommt das jetzt erstmal weg lass uns erstmal ein bodeln ein bodeln ein bodeln wir haben essen ja nein warte was zur hölle hast du gemacht warte direkt weg da weg da weg da wie denn warte warte nichts bewegen warte ich läfter einmal ganz kurz baue blöcke ab so dass zwei breit ist okay hast du ja habe ich habe ich jetzt so zubauen gut okay genug kalt haben wir erst ja aber es ist noch zu dunkel hier hast du es warte mal man kann doch immer auf optionen und dann musst du auf grafikeinstellungen dann kannst du die helligkeit auf die hell stellen siehst du achi lasse ich lasse es gut ich lasse es so erstmal ein bodelt so zeigt nicht deine koordinaten verarbeitet ich habe noch birkenholz okay okay mache ich was ist jetzt passiert was geht jetzt ab warum das ist bei mir steht jetzt dieses neu wieder crashet was ist jetzt los jetzt starte ich wieder so da sind wir wieder und zwar ist mein gewieser scheiß quescht wieder ja und das holz hier aber nicht verarbeitet noch nicht verarbeitet nicht mehr egal so sehr gut ähm so 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 und so und dann hätten wir noch einen Rage bezauk gut so so alter warum leften die da waren und ach die haben wahrscheinlich auch crashes andauer das ist immer bestimmt so ja wahrscheinlich ist der Modell ist die Kirche ich hätte noch keinen aber mein PC ist auch relativ gut ja dann mach ich dir erstmal ein Stein naja das ist wichtig das ist wichtiger alle habe ich schon okay gut so jetzt habe ich einen Steinpick und versuchen wir jetzt erstmal was zu bekommen ja Eisen am besten ja Eisenwäsche war am Anfang gar nicht schlecht ja wir müssen dann halt auch mal gucken was wir für Rüstung machen wollen und so naja da ist es der Eisen ist immer am wichtigsten das ist immer am wichtigsten ja nicht so unbedingt in Modpacks äh nee da ist es nicht so ne ja man kann ja mal gucken ich weiß nicht wie lange das Projekt startet weil wie lange das Projekt geht meinte ich so lange bis wir raus sind oh ja aber ich weiß nicht wieviel leben das weiß ich nicht ja das können wir ja nochmal nachfragen ja das können wir erst danach fragen ich bleib lieber oben bevor wir wieder was passiert hier ja ja weil das hat doch keinen Sinn weißt du noch Monster äh ne ich höre Schleims ich höre auch Schafe dann müsste es eigentlich ja wieder Tag sein ne ist noch Nacht ok Mentors war slain by Cave Spider oh shit ha 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 er licht oh licht redstone ja redstone redstone ist gut das macht er das bringt Licht hier da auch noch sag ich bin gut gemacht ich bin ach alles klar also wenn man kein Licht braucht ne also wenn man kein Licht braucht ne ein Restdonner ist ne also würde ich das nicht abbauen und würde ich als Licht nutzen alter noch Tags noch Tags ne noch nachts warte komm nicht zu mir weil sie schlag ich dich naja ich bleib schon hier in der Sicherheit hier ich hoffe das quescht nicht wieder alter oh hier sind die Slimes äh ich glaube ähm lol wow bist du tot? ne 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 wow hab ich hab mich voll erschrocken alter komm 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 wir gehen jetzt wir gehen jetzt weiter ok shit skeleton oh 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 ja ja alter so viele mobs komm weg komm weg komm komm wieder rein wollen wir rein ja 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 shit weg weg zu 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 so wir warten bis wir warten bis Tags alter wir warten ja bis die mobs ähm hast du noch essen sonst gebe ich dir ein bisschen ab äh ich hab ich hab noch ok warte ich muss mal einmal hier ok gut das kann doch noch was werden mit uns beiden äh ja oh fuck wir warten wir haben versucht eine gute Rüstung zu bekommen ja dort ist ein bisschen dunkel ne ja aber eine gute Idee was äh ähm mich jeder gemacht hat ne ähm mit was schneidest du deine videos mit was äh sony vegas sony vegas ok kannst du deine koordinaten dann schwarz machen also mit so einem schwarzen balken ja ja gut dann komm mal runter und gucken auf welcher Höhe wir sind dass du das dann weg machst okay ähm 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 ja alter Dauer Dauerlauf je meine Leute ja meine meine Spitzak ist gleich kaputt also ähm wir sind ähm warte 8 288 29 minus 33 ja also Höhe 29 gut ja warum hast du jetzt die gesamten Koordinaten gesagt das müsste jetzt auch rauspiepsen ich weiß wie das ist kein Problem ja aber ich muss ja ich kann es auch ja ich kann es auch rauspiepsen naja wir werden ihr schon jetzt bist du da oben ein sneak bist du nein äh nein jetzt äh jetzt nie ich ah gut ich dachte ich 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 das zu was was meint was du hast du Zombies und zu sterben äh nein ich höre nur jetzt habe ich keine Zombies ich habe ihn gerade zum gehört jetzt habe ich keine Zombies warte mal warte ich guck mal ah jetzt habe ich 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 jetzt sterben die jetzt sterben die bis zu tage ja warte ich bin im pvp-projekt mal an brennenden Zombies gestorben wirklich ja ich noch nie supergames 1 das war von maiko also von mentors geröstet das server ok ok die sind jetzt alle tot komm lass uns weiter an die da ist das dorf lass uns hier lang weiter da ist noch ein Dorf läuft bei uns wir waren wir kam kam das ist gelöte sind zwei zeichelette pass auf egal gehen wir weg von dem ne das hier ist in richtung spawner müssen wir in andere erläutern was ist über uns was ist über uns denn ja das sind irgendwelche inseln vom modpack komm mit bist du hinter mir äh ja gut also das ist jetzt einfach schon ob sie die anhaben das heißt das dümmste am ganzen also das dümmste am zaubertisch haben wir schon mal das doofste also aufschlag nicht das nasswort ja ja mach ich das ist mega stark ja das sehe ich schon wie Promde da aussieht alter ey hier ist Essen können wir nicht das Essen nennen oder wie da könnten wir das mitnehmen ey hier ist ein Smeltery oh noy war schon lange hier ich hab das als erstes gesehen haha aber er hat nichts gesagt dafür also warte hier ist ne Schmiede soll ich das Essen abschaden ja ne ach nein das ist die Schmiede am spawn wir müssen zum anderen Dorf oder warte mal ist da hinten der spawn egal lass uns mal in die richtung weiter ok noch eine Minute aufnahme ok haben wir Zeit oder was pass auf hießen abgrund ich grad runter gesprungen wurde ok warte ich geh mal vorsicht lieber hier zack zack da hinten ist der spawn ok dann lass uns hier nee wir müssen zurück weil sonst sind wir wieder am spawn und das wäre durch alles klar wir müssen das wir müssen unbedingt das Essen abschaden ja wir müssen dringend scharfe und so mitnehmen ja ja wir waren grad schaffer aber falls ihr euch fragt ne wir sind in der Mannschaft 1.5 und deswegen können wir nicht einstellen die ganzen lol hä da passt der spawn lol ok da halten sich ne Giraffe ne von der wo dich vorhin getötet als wir gewartet haben dann müssen wir hier lang alles klar Rino heißen die hier lol ich schande immer das Essen ab ne nee 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 komm mit komm mit komm mit dann ist da hinten das Dorf noch unentdeckt dann können wir da vielleicht was holen ja vielleicht ist auch Eisendrin alle wenn wir Glück haben oder so ja wenn wir Glück haben ist dann noch mehr Eisendrin das wär geil alle lieben ja ok Leute dann würde ich sagen das war's mit der Folge genau ja da noch rein bis zum nächsten Mal ne tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020